Mein Name ist Michael Hensi. Ich bin Mitinhaber und Verwaltungsrat der Talos Informatik AG. Die Talos Informatik AG ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen für Städte, Gemeinden und Energieversorger. Wir in der Talos haben das so umgesetzt, dass wir in zwei Bereichen Projekte gestartet haben. Das eine ist unser Gebäude und Geschäftssitz. Das andere ist unsere Produktion, also unsere Private Cloud und unser Rechenzentrum. Dort haben wir in den letzten Jahren grosse Investitionen getätigt in die Sanierung der Gebäudehülle mit neun Fenster, neun Toren. Wir haben den ganzen Bereich der Beleuchtung, das war ein Energiefresser, erneuert mit energieeffizienten Leuchtkörper. Und die grösste Investition war der Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäudedach mit über 800 Kollektoren, wo wir rund einen Drittel des gesamten Energiebedarfs selber produzieren können. Den Rest der Stromenergie, die wir benötigen, kaufen wir nur noch nachhaltiger produziertes Strom aus Wasser, Sonne oder Windenergie. Ich bin überzeugt, dass die meisten Bereiche wirklich einen grossen Fortschritt sind und eine weitere Entwicklung sind, welche grosse Chancen für die Wirtschaft, aber auch für die Natur und die Umwelt bieten wird. Darum werde ich an dieser Abstimmung ein Ja in die Uni legen. Das ist die Finziagend. pizz mit